ich habe gerade aufnahme gestartet wenn das ist runtergefallen ich habe aufnahme gestartet man und ob ich wenn ich f10 drücke ihr könnt ja selber mal f10 drücken dann öffnet sich so ein fenster ja ich glaube die am ehesten weil die anderen arschficker zu zweit herum zingeln ich bin innocent markus wenn du mich jetzt so gut verarscht dann dann war es gut ja dann komme ich zugeben welch wird es ihr bräumt ihr wollt uns beide weg machen krass ihr glaubt nicht dass einer von den beiden mindestens traiter war gut dann sind ja dann müssten es ja pil und hubi sein aber stimmt das habe ich noch gar nicht in meiner theorie bedacht vielleicht sollten wir die erst mal konfirmen aber ich trau mich nicht wenn pille da irgendwo rumsnipet ich gehe ich weiß wo philip ist andré ich habe keine ahnung ich warte jetzt erstmal ab bis du konfirmt hast naja ich warte erstmal ab bis du konfirmt hast die zwei rennen eigentlich miteinander rum da oben ist ja krass ja aber wir haben beides waffen der wenn der eine schießt da kann der andere noch den namen rufen wir haben keine pumpe oder sowas wo man direkt einen one hit kill machen kann da unten liegt schon mal einer ich trau mich hier nicht weiter raus zu gucken das gute ist wenn marcus direkt umfällt weil ich direkt das eine pille ist lentes war schon mal inno wurde wahrscheinlich gekillt wegen dem aufzug wo andy hingefallen ist weiß ich jetzt aber nicht also ihr kommt ja besser nicht hier hoch sonst müssen wir schießen oder ich zumindest also wo andy liegt kein plan sonst müssen wir schießen ja oder ich zumindest ich weiß nicht ob marcus mitzieht ok marcus ist es NEIN dann ist der andere ok ich bin da bin ich ich werfe alles da einer von euch beiden macht euch gegenseitig ich verstecke mich oh ne der pille hat wieder einen sniper wahrscheinlich obwohl ich kann euch nicht trauen ganz ehrlich wer ist da hinten wenn andré gerade marcus weg gemacht hat hat den 100% weg gemacht ey pille schießt auf mich so nochmal hier zu konfirmt für euch schade die schade komm her andré wo bist du oh da hinten bist du heis bitch hä stand da banana joe ey andy du bist jetzt nicht ersthaft runter gefallen oder NEIN der hab gekillt die ure ey pille der war noch am leben alter uri wir hatten gesagt dass ein andy tot ist hast du gut gemacht andy weil er so geschrien hat so und dann hab ich einmal einen runterfallen gehört ja ich bin auch runterfallen aber hat nur ja aber das ist ja ein anderes geräusch wenn einer runterfällt oder wenn einer stirbt denn andy lentes habe ich eisgalt mit dem aufzweck gemacht krass wer hat jetzt einen andy getötet ich richtig gut ich hab da nur einen oben gesehen der auf mich gezielt hat da hab ich einfach mal geschossen ja ich hab die arme rein ausgepackt ey ich hab dich ja nicht in den schreck bekommen ne du das sah bei mir so aus als wär ich bei dir irgendwie bisschen später also so von der verbindung her ich stand schon woanders und dann hast du noch dahin gezählt wo ich eben erst stand ja kein ja das problem ist denn du triffst mich einfach ich hab ein komplettes rot zwischen mir ich schieße doch fast ich bin schon ein bisschen runtergefallen ich stehe rum weil ich meine maussensitivität verändere dein mäuschen du sollst dann das nutz um in den traitor shop zu gehen ja aber da gibt es keine arme bei mir irgendwie ja ganz schön woher au hier kommt ein bananenspaar oh yeah bitches oh ich falle er fällt und fällt und fällt immer weiter ich bin innocent übrigens ich weiß nicht ob ich das gesagt habe i don't know ich verlaufe mich hier alle 10 meter ich bin so dumm ist doch alles da ich bin auch da oh nicht so viele ne da ist einer gekillt worden mit einer schrotze oh hier liegt auch einer wo ungefähr bei mir bei mir ich habe mir diese geilen Ortsang Ortsang, warum bist du verletzt? mir runtergefallen ein bisschen mir ist mal gefallen das habe ich aber schon dreimal gesagt wo kam es denn ungefähr her, Andi? ich weiß nicht, das war ziemlich weit weg wo stehst denn du? ich habe nur einen Shotgunschuss gehört und dann tot ok ah, ein Rango ist tot von was? gekillt? der war schon schrotze au, ich werde geschossen hast du den confirmed, Andi? ich habe den confirmed ja gut, wenn Lars beschossen wird, ist das natürlich scheiße dann angeschossen weil wenn, wenn, wenn Andi eine schrotze gehört hat und Hubi nicht durch eine schrotze gestorben ist ich habe Philly, Philly ist Trailer alles klar Philly wo steht der denn? wo steht der denn? weil Philly als einziger eine Scout hatte und die wurde direkt unter mir abgefeuert mit der wurde auf Samsung geschossen aha ok der sitzt direkt hier unter mir ich weiß aber nicht, wie ich da hinkomme wo bist denn du denn das? oh fuck sorry 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 ok jetzt stimmt irgendwann denn Samsung schießt auf mich sorry das war sorry ey ok jetzt wurde Samsung gekillt oh Gott im Himmel ey ah toll dann ist es Andrade und Pelle ja und Pelle und Pelle wieso das denn? alle bist du alleine, ich bin noch bei dir ja aber oh ok ja Samsung wurde auf jeden Fall weißt du Markus einen hab ich, einen hab ich weißt du Markus okay war das eigentlich mit Markus? ja ok Pille was? na ist confirmed dead Pille ist es auch confirmed dead und zwar als Trailer wenn du recht hast, dann ist Lars tot aber dann bleiben noch den Russ also ich bin auf jeden Fall nicht, dann bleibt nur noch Markus äh Meister ist er wieder auf Trailer, wtf wer ist Markus? wie heißt er? Spitfire äh Spitfire 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 ich hab grad so eiskalte Flossen gell Vorsicht incoming äh oh was am Pippen ey haha kann nur nass sein ich bin in und chill hier mir auch immer ich hab auf mich wirklich geschossen noch Gott im Himmel keine Ahnung von wo pfff uah haha ich hasse es wenn die Leute wenn ich schon weiß wo die Leute sind da ist also n Lentes wo bist du denn Andi? übrigens oben ok ich chill mir der einen ab da ist n Aabe besser bleiben die leidet vorher und noch n Aabe nein ich hoffe du lebst noch nein lebt nicht mehr wat n Scheiß Dreck ah schöner Bullshit ah Kinder ihr macht mich fertig ey also wahrscheinlich sind wir jetzt nur noch Trailer genau genau ja dann fahren wir nix Kollege nein ich bin dumm oh mein Gott im Himmel manchmal manchmal also wünschst du allein mit dem Trailer der darf doch gern mit mir reden so ist nit ich bin aber so schüchtern naja so ne Missgeburt hast du nicht alle weggemacht ich komm ja naja ne ich glaub Pille hat auch einen gemacht ja ich glaub auch weil Pille ist grad immer so scheiß ich weiß ich weiß jetzt nicht wie ich da jetzt zu dir richtig hinkomme weil Aabe habe ich verpasst ne ne also ich würd dich schon gern besuchen kommen so ist ja nit naja 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 ich hab jetzt schon oh ne wer hat mich weggemacht ich hab dich weggemacht wie denn ey ich bin ungefähr gefühlte 5 minuten hinter dir her gelaufen ernst ich hab gesehen wie du in den Container reingegangen bist wie du wieder rausgekommen bist wie du am Wasser gegangen bist halt wer hat nochmal gewonnen nein nein ich war der Traitor ich hab gesagt Pille ist Traitor ich hab gesagt Pille ist Traitor Markus ist auch der Erste gewesen der gestorben ist ich hab ihn ja durch die Stratze erledigt ich war der Erste ich war der Erste ich war der Erste ich war der Erste ich war ungefähr 10 Sekunden nach dem Repairing kommt war noch nicht weiß ah ok sorry sorry du hast den Rachen beim Tod das so alles stark Pille oh keiner hat das gerafft weißt du dann denkst du immer Alter ja hab ich auch nicht mitbekommen ja sorry hat sich grad so ergeben ja weiter auf no cent dafür kenne ich die Map noch nicht so gut um zu wissen wie ich da immer hochkomme innocent inno no innocent firefly und samson ohne händeten samson geh wieder weg hier vier sind zwei so jetzt müsste man mir mal verraten was hier für Traitor Fähigkeiten gibt damit ich die erkennen wenn jemand macht den Aufzug und was noch oh ist da schnell nach oben hallo ich komm ja krieg ich Asyl Asyl? kannst du mal mal stecken weil sie davon seit der letzten Runde draufsteht ich bin immer der Vivi sucht ich bin auch nicht innocent und da gingen wir auf zu flöten das macht aber nichts ich geh schon aus Prinzip immer rauf also niemand hat grad den Aufzug aktiviert ok das auch nur oh fucking falsch dann hab ich eben auch gemacht aber irgendwie hat das nichts gebracht ne ja das ist du musst da wirklich draufstehen und dann bricht der Boden unter dir zusammen und das so hab ich grad eben Lentis gekillt ja das ist schwer zu beschreiben ja ich weiß das ist alles scheiße ich glaub die kam aus diesem kummigen Haus wo Lentis eben oben drauf war wo war ich denn die Spinnwandeln EINMAL AUGEN NEIN da oben ist aber ein Andi ich wollt schon grad sagen ja bin ich auch absolut da hast du recht hier fliegt ne Leiche Samson hat's schon erwischt oh Gott sei Dank also jetzt nicht äh wow der kann sich vor ziemlich wenig so fühlen ja ja bleib weg Junge Lentis jemand hat mein Versteck gefunden NEIN ohne Spaß du warst das doch mit der Aave das kam voll aus der Richtung naaa ich hab die ganze Zeit da gesessen auf dem einen Fleck war es einfach falsch schade aus der Richtung mit der Aave ist immer schwer weißt du oh hier liegt einer Lentis ist bei mir LENTIS LENTIS ich wusste es ich wusste es ich wusste es wo bist du denn Markus NEIN NEIN ja Lentis komm her komm Traudi ich komm ich geb dir noch einen mit was ist der da in der Oharwe bei mir im Turm ich mach ihn jetzt gleich hab oh fuck ich dachte ich hab ihn hab ihn nice wer schießt denn da in Rango ja Rango wie denn jetzt stirbt der Bastard Andre komm komm hoch zu mir Schneckchen ohja ich hab nämlich nur noch ein Leben man das find ich gut dann komm hoch wenn du dich verarscht ey ich hab mir grad deine geblicken fucking Butter Junge ich hab nur noch ein Leben als wär ich jetzt noch eine Gefahr für dich loo ja dann warten wir mal aufm Hobie jetzt ja dann schön mal ne Runde ja ein Haar muss ja kommen der noch gestorben ist hier oben ich hab mir auf jeden Fall mit der Sniper eine mitgegeben das war echt gut da konntest du den Lantarino weg mal mit der Schrotz Lantarino 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 mit seinem kleinen Nervenkonstrukt da ey hab mich alles ich glaub du Lantarino noch zu oft das ist mein Fehler ja ich auch ja ich auch ey glaub ich mal genau wie ein Lars das war so klar dass es der mit der Arbe war Lars ist so ein das ist der allerschlimmste von allen ich dachte immer früher Lantarino wäre der schlimmste aber ey die Postockrad auf den Dings auf ich will den grad was trinken der lacht da da auch kein Ding kein Ding immer wer kommt denn da es ist dein Hund geil geile seid ich weg meine neue Wieseurre wie vertrickte man siehst du nicht da ihihi hab ich gesehen hab ich geseheeen hoff mich hab ich auch endlich wieder geile Ach krass wir sind ja sogar 7 Leute jetzt auf einmal find ich gut du bist wenn du willst komm mal da kommt ein Bier Da kommt wieder Kampen wieder, ey! Jawoll, Handi! Das ist so ein Grenzcamper-Turm da oben, da kannst du nichts machen als du. So. Nein, B1 geht nicht, B1 geht nicht. B1 geht nicht. B1 geht nicht. Oh ja. Hobi, das war auch nicht sinnvoll mit der Taschenarm rumzulaufen, ne? Nur deswegen hast du dich gesehen. Ja, ich weiß, unten ist es dunkel ab dem Prinzip. Ja, meinst du nicht? Du kennst mich schon Löcher. Weißt du, ich fall da immer rein. Die mag ich an.